Das ist komplett behindert. Mit dem Holzverlass gehen sie dann einfach nur ätzend aus. Neue Runde oder was? Neue Runde oder was? Kurz bevor das Video losgeht, will ich nochmal kurz sagen, dass ich es überhaupt nicht hinbekommen habe, meine Webcam einzustellen und generell irgendwas bei Open Broadcast Software zu konfigurieren. Also habe ich mich nach 10 Minuten entschieden, doch alles mit Shadowplay aufzunehmen. Ja, deswegen seht ihr die Runde direkt, wenn irgendwie nur noch 30 Leute am Leben sind, aber naja, jungt ja keinen. Giveaway mit Anton ist in der Beschreibung, könnt ihr mal abchecken, könnt ihr 40 Euro gewinnen und alles klar, viel Spaß mit dem Video. In die Zone, Jungs, in die Zone! Bei mir ist auch einer. Arbeit? Oh, yo, ich gehe vielleicht drauf. Noch vier Stück. Hast du Bandages? Ich habe gar nichts, aber ich habe Jumppads. Das ist nicht gut, wir sterben. Pauli, hast du Bandages für mich gleich, Alter? Ne. Das ist die Devote heißt, sie hat das noch nicht gelootet. Luca, hier unten liegen noch Pilze überall. Ja, Mann. Hier, Luca. Bist du die haben? Auf jeden. Streamer Loot, Alter. Lecker Pilze. Oh, hier ist einer? Steinpilz hier, roter Pilz, Fliegenpilz. Ich habe ja alles gegessen. Ja, ich habe mal noch Minishilder, warte hier. Hat irgendwer Sniper für mich? Äh, Sniper Schüsse. Hätte ich, aber ich glaube, ich gebe sie dir nicht. Oh, fuck, Zone. Zone, Zone. Jo, wir gehen drauf. Ich habe Jumppad, ich habe Jumppad. Ja, bau ganz, 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 ganz hoch. Bau so high, wie du gerade bist, Alter. Damn, Daniel. Wo ist die Zone? Guckt auf die Karte. Hier, Junge! Ja, okay, mach jetzt. Jungs, ich mache Granatenwerfer jetzt auf die Treppe. Auf deinen Nacken, meinst du? Auf meinen Nacken. Amenakoy! We're flying! Oh, yo, 250. Ja, hier, lass auf den Typen gehen. Vier gegen einen, komm. Amenakoy! Fuck! War es das? Es war wieder... Komplett. Hast du noch ein paar Bandages, Luca? Ne, Mann. Ähm, 210. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, Leute, hinter uns. Vier Leute, vier Leute hinter uns. Oh, Gott. Fuck. Leute, ich bin halt da. Ich bin einfach unerreichbar heute, Junge. Vier Leute, meinst du? Legit. Alter, was wärt ihr eigentlich nur ohne mich, Junge, ey? Ähm, ich glaube, besser dran. Junge, ich habe überhaupt keinen Aim. Ähm, Süd-Westen. Oh, mein... Ah, hier ist der eine. Der eine ist lower P. Ey, wieso immer ich, Mann? Einer ist unten drin. Oh, die geht wieder, ne, Jungs? Jo, ich gehe drauf. Leute, kommt rein! Okay. Alter, ich bin ein fucking Gott, Alter. Hast du alle? Das ist geil, Mann. Hast du was zum Heal? Das sind Bandages, nice, Alter. Hab einen. Das wäre der letzte. Oh, je, Mann. Oh, je, Mann. Oh, ich kann mich jetzt schon nicht mehr bewegen. Äh, neue Runde, oder was? Voll nicht. Einfach immer Abonnenten dazu kommen, obwohl du nichts machst. Das finde ich einfach nur nice. Ich mache nichts. Willst du mich verarschen? Du machst echt nichts für deinen Kanal. Alter, halt deine F***. Also, ich gucke ja jedes Mal und es kommt einfach gar nichts. Gefühlt bist du wie Bibis Beauty Palette. Alle zwei Wochen kommt ein Video. Also, ich gucke auf den YouTube Channel und dann ist da einfach kein Video bei dir. Also, andere YouTuber hätten mehr verdient und machen viel mehr als du. DagiB hätte deine ganzen Abos verdient, glaube ich. Hier ist ein Lama. Hier ist ein Lama. Oder Anton YouTube. Grüße gehen raus an Anton YouTube. Grüße gehen raus, Junge. Stabil, der Typ. Pauli snackt sich erstmal mein Lama, ey. Jungs, hier sind drei abgesägte Schrottfinden in blau bei mir. Hä? Hauptsache, du snackst dir erstmal mein Lama. Hast du nichts gesagt? Ähm, wir können Pauli auch ruhig kicken, ist kein Problem. Oder schneid's ihm einfach deinen Namen aus dem Typ. Und ich hab ein Big Shield. Big Shack. Äh, Toff? Ja? Es ist eigentlich schon wieder Zufall, dass wir beide zusammenspielen und direkt einen Win, Alter. Dinger, wir können nur gewinnen. Ich hab zwei Big Shields. Big Shack. Kann doch immer, wenn Big Shack, äh, Dings ist, klappe, machst du den rein und sagst, Big Shack. Nein! Junge, kriegst du richtig Copyright Strike. Warum? Big Shack. Hier, du bist mein Lieblings YouTuber und ich wollte dir nur sagen, bitteschön. Das gibt's erstmal in Standard Tanz. Thanks, man. Ich wollte nur sagen, du bist mein Lieblings YouTuber, darf ein Autogramm haben. Ich bin schüchtern, äh. Hat irgendwer, äh, Metall? Oh. Können wir uns den Rocket Launcher holen? Äh, hier in der Garage ist noch, du kannst da mal bitte reingucken. Äh, nja, nja, nja. Guck mal, warte, der Einkaufs-Sagen würde das von dir. Mathis, komm mal her, ich hab Mini-Jail für dich. Komm doch mit rein. Komm mit rein. Da ist noch ein Lama, ich glaub's nicht. Wo? Junge, what the fuck? Alter! Ich glaub, die Lama sind los. Hä, ich kann irgendwie nicht weiter. Mein Lamo. Ich kann nicht weitergehen. Ich kann irgendwie nicht weiter. Einmal Mini-Shilder to go, sehr gerne. Oh, ich hatte den Typen. Ey, Vau, die hast du noch Metall? Das ist kein Metall. Gib mal Metall. Voll friedlich geworden. Guck mal, wie faul der Wichser ist, ne? Hä, was? Gib mal Metall, hier sind überall Autos, die er kaputt hacken kann für Metall, ne? Junge, ich bin YouTuber, ich schnurr mir ab. Hashtag abgehoben, der Typ. Ey, Toff, bleib mal stehen. Spring. Nice. Spring. War super. Spring. Das war's dann mal wieder komplett. Ich glaub, ich bin tot, ne? Ich glaub nicht, also ich glaub, du überlebst du. Kann das sein? Also wir gucken mal, wie weit es geht. Leut, ey, ich bin aber los. Warst du noch so Krampf, jetzt musst du das draufstecken? Ich bin da scheiße. Ich hol dich. Ich hol dich. Oh fuck. Das überlebst du, das ist nicht so hoch. Ah, ich bin in einem Baum gelandet. Tja, jetzt mein Schild weg. Ja, hab ich, wenn ich hier auf dem Baum runterfalle? Ja, ich glaub schon. Ich glaub nämlich auch. Dann wird der Baum jetzt abgeschlossen, wenn ich sag. Mathes, bitte. Mathes, nein. Mathes, nein. Warte, Mathes. Nein, nein. Pauli, hast du Schild? Ey, wie soll ich dich denn jetzt hochholen? Du bist wie ne kleine Katze im Baum. Neben der Treppe, genau. Ja, noch was? Ja, genau, jetzt kann ich runterfahren. Was geht? Oh mein Gott. Denk nicht mal dran. Kann mir eigentlich einer mal sagen, warum Luca wieder kein Schild hat? Ey, gib mal Schild, du Arsch. Mathias! Mathes, es gibt ihm das Schild. Ja, ich... Oben! Ah, da kommen sie. Ey, die kommen echt auch wozu. Ich hab ihn getroffen. Nice. Lass mal ein Tiltetaus noch Bandages suchen. Ich brauch auf jeden Fall Bandages. Ich hab noch, äh, Medikit. Ah, gib mir Medikit. Warum gibst du mir kein Medikit? Ich geb dir alle meine Schilder und du gibst mir kein... Junge, du hast mich nachgefragt. Ekelhafter, ja, ist... Traurig. Traurig. Was aus der Menschheit geworden ist. Meinst du, da sind noch Leute drin, Alter? Äh. Ey, da oben fighten die. Ja, ist egal. Wir müssen zur Zone. Ey Leute, kommt. Ich hab ein Jumppad. Bleib still. Fuck, hier sind sie nicht bei mir. River. Eine Person. Matthias ist halt komplett rot. I'm so excited. I just can't hide it. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I want you. Meinst du eigentlich, Pauli ist tot? Was macht Pauli da hinten? Schön. Pauli. Grüße gehen raus aus Pauli und zur Stimme. Oh, so ein Typ, der eingeschlafen ist, Alter. Danke, Pauli. Pauli, wir sehen uns dann beim nächsten Game, ne? Einfach eingeschlafen. Pauli? Oh, hier ist noch ein komisches... Hinter mir. Hinter mir ist ein Gegner. Hinter mir ist ein Gegner. Wir müssen das Rift nehmen. Alle rein. Eins, zwei, drei. Let's go. Wollen wir zu Pauli? Hä? Pauli ist ja echt eingepennt worden. Na ja, du kannst ruhig zu Pauli fliegen, wenn wir an deinem Leben liegen. Hahaha. Jungs, lass mal irgendwie treffen, ihr. Ja, hier. Wo gammelst du denn, Alter? Big Shuck. Warte, Luca, komm mal her, leg'n Biggie und dann nehm' ich dir Thermalwaffe mit. Jopp, ich brauch' den Biggie selber. Ey, Jungs, komm mal wieder zu uns. Der hat kein Schild mehr. Ich glaube, ich hab'n Rift to go. Ja, Rift to go, Rift to go. Danke. Rift, die sind gerade auf den Berg gegangen. Komm zu mir noch. Ey, die sind... Der ist hier unten wieder. Oh, Luca, du fightest wie ganz woanders. Einer's knocked. Wo bist du? Ey, wenn du da... Verriss dich da, wenn's nicht geht. Das ist doch Luca. Er muss zeigen, ob du deinen YouTube-Money kriegst. So, Mann. Also, trefft ihr euch auch überhaupt? Oder? Yo, fuck, ich geh' drin. Komm, hol ihn! Yo, er killt mich. Was, Pisser? Ich hab'n solch voll. Mh. Äh... Neue Runde, oder was? Ich glaub' du hast aber schon guten Content jetzt mit diesen Aufnahmen hier. Du denkst an die Bezahlung, ne? Ja. 50 Euro auf meinen Nacken. Ohhhh. Leute, Community, ich hab's gehört. Ach, er kann's auch ausschneiden. Äh, 1, 2, 3, let's fucking go. I want to break free. I want to break free. Na, den... Yo, was dat denn für ne... Ey, meinst du eigentlich, wir kriegen hier überhaupt kein Haus hier? Oh, ich bin jetzt bei der Tanke, wo ich später arbeiten werde. Alles klar. Das schmeckt nicht mehr los. Klar, das war's komplett mit mir. Ciao, kakao. Jo, er kriegt mich auch. Ja, nichts mehr. Hau ihn, hau ihn kaputt, Junge. Er hat nicht... Alter. Komm in die Tanke. Komm in die Tanke. Langsam. Fuck, du hast noch ein bisschen. Ja, langsam. Soll ich schnell kommen, oder was? Du sollst kommen. Ah, da kommt einer von oben. Komm rein. Ah, ah. Oh. Komm rein hier. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Bruder, nice, Mann. Wir sind es. Anje, anje. Anje, anje. Anje. Komm, jetzt lass mal hier zugucken bei den Leuten, Alter, was die da machen. Toffi, kannst du uns jetzt mal helfen? Komm jetzt. Oh Mann, als Maul. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Findet ihr liegen. Oh nein. Oh nein. Hey nicht. Hey mich nicht mehr simplify. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bis zum nächsten Mal.